sollte eigentlich jetzt weg sein 143.000 229.000 moin leute heute wird elite pvp zerstört denn lost wayne meliodas ist mein erster unit der full oag hat eigentlich mal hier komplett sieht das nicht wunderschön aus und als team haben wir blue king blue seltris und des piers seltris hat von mir mal quit chance und quit damage bekommen ist aber nicht komplett ich weiß nicht ich überlege ob ich ihnen oag gebe und king hat von mir die fans z dass das team okay ganz schön wenig bist du ein bord was natürlich auch erstmal sie weg die idee dass die falsche karte das ist die falsche karte aber selbst mal gucken so seltris ach so ich muss hierhin greifen ok alle 30.000 ok krank kriegt mich ich habe zwei karten könnte mein lost wayne bitte zu eigentlich ganz nett gebot aktiviert mhm mhm das ist echt ein komisches team ja dankeschön nett von dir nochmal nein wurde macht da gar keinen schaden willst du dich schützen wird dich geschützt und machen wir jetzt doppelt wer ist schlau wir machen es einfach mal mal gucken was passiert und jetzt weg älteres quit damage quit chance gear funktioniert eigentlich ganz gut so wirst du jetzt mein lost wayne töten schafft es oder nicht ne schafft er nicht ich hab leider keine lost, oh jetzt lost wayne karten das wäre so gut aber leider nicht so seltris quitte mal wenn nicht wir haben ja noch keine noch versteinert und bitte 77.000 ist haben wir eigentlich schon gewonnen ich will gleich zum nächsten kampf gehen oh jinn oh 190 oh verdammt aber nur grün kommt quitte mein lost wayne hm mal gucken wie viel jinn damage macht mein jinn ist gerade mal auf stufe 75 denn mir fehlt materialien um ihn auf 80 zu bringen natürlich wenn man so wenig kriegt dauert immer extrem lange ja komm quitte nochmal dankeschön wir müssen ihn weg machen weil er wenn er drei buffs hat erhöht errenkt er alle seine karten plus eins deswegen wir müssen machen das noch sollte eigentlich jetzt weg sein oh gott oh 143.000 229.000 ja genau ach lasst werden überhaupt nicht bogen und jetzt kommt ulti bitte lass mich ulten ich will sehen wie der mit der schmacht lässt mich ulten was willst du jetzt machen mich töten verpressen ja toll ja komm hier ich kann ulten ja ulten nein warum ich wollte doch nur ulten wir haben gewonnen okay 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 erst mal kommst du weg machen wir das und go zeltris quitte oh 60.000 auf rang 1 ich belegge echt ob ich meinen zeltris oagir gebe oder erstmal eskenau ich weiß nicht entweder er oder eskenau ich könnte mal schreiben ob ich zeltris oder eskenau oagir geben soll oh der ist schon fast tot wir können versteinern aber Lilia heilt es dann ja deswegen heilt er erstmal oder versteinern Lilia aber erst mal muss er weg hm was mach ich denn jetzt ich glaube ich mach es mal das versteinern oder versteinere ich gleich nee geht nicht ich muss das erstmal machen so und jetzt versteinere ich nee verdammt warum hast du nicht gequittet jetzt so was bräuchten ist jetzt ein bisschen blöd das ist nicht gut was habe ich denn für eine hand nur Kingkarten nur Kingkarten warum hast du nicht gequittet wer hat sich mal eine aufgegeben und will sie heilen oh zahlter immer auf dich immer wieder zu heilen das ist ein klein bisschen nervig wir heilen es lieber mal ein bisschen voll greifen an und machen wir das nochmal na komm wir machen es nochmal jetzt müssten wir gleich zwei Ultis haben und der doch er kann es entfernen wenn er Karten bewegt so zwei Ultis entfernt sie die jetzt mit dir natürlich nicht wo er greift erst mal an oh mein King kommt er durch ja ah beide weg das ist blöd ah bist du nervig so nochmal ich werde ihn noch versteidern hier oh der hat so viel oh der hat Stufe 3 gehabt ist das blöd komm töte ihn endlich links der ist schon mal weg ich möchte mal ein bisschen gute Karten jetzt komm uh er hat es genommen back up oh das ist jetzt blöd das ist jetzt richtig blöd warum habe ich keine Seltris Quit Damage Karten oder seine erste Karte äh okay das ist jetzt richtig blöd schaffe ich das jetzt nee okay Roxy okay aber wir wollen erst mal ihn hier weg machen äh nicht Lost Vanim Team sondern Demon Melodius okay und was machen wir denn komm wir versuchen mal zu quitten so lassen wir mal die weg und ja dankeschön ah wenn er quittet macht er so viel Damage das ist so schön oh wir können versteinern komm quitt mich so wie sieht sie denn aus macht sie denn so okay Explosion aber du hast gequittet quitt mich nochmal dankeschön ich weiß schon dass ich das heilen kann ich glaube wir heilen das erstmal weg weg mit den Explosionen hm machen wir das so so versteinern wir erst mal ich glaube wir greifen an komm guck mal mal 500 bam 89.000 keine Explosion mehr für dich und er hat aufgegeben okay wir müssen ihn angreifen so komm hallo ich grüße dich auch komm jetzt quitt ihn mal und ist jetzt One Shot ja oh ist das schön da ist der Gaucher schon mal weg ja okay die Hand das ist eigentlich ganz okay was ist eigentlich hier die Regel ich bin ja Elite ich hab gar nicht geguckt was hier ist aha für die Einzug und Move um zwei Kugeln wieder auf wenn da irgendjemandem Move überlebt wird uh ist ganz gut für äh Jin die Regel weil er machte das Gegner weniger Ultimate Schaden machen mit seiner zweiten Karte okay du greifst dein Bluseltriss an äh heilen möchte ich eigentlich grad nicht uh genau mach das mal oh er will ulten kann es nicht entfernen kann es nicht entfernen äh ich glaube ich hätte doch den Wettweltriss mal nehmen sollen versteinhaareret aber warte wenn er es jetzt bewegt dann ist die Ulti immer weg hat er keine Kugel mehr wenn sich nicht Karten verbinden also sollten wir noch safe sein bist du da kannst nicht ulten ne und sein Lost Müsste eigentlich jetzt gleich weg sein genau mach nochmal dankeschön hm oh er macht doppel ul das ist jetzt blöd schafft man das jetzt so ich hoffe der los Eldriss hm oh okay ne zu wenig Schaden viel zu wenig Schaden verdammt uh dieses Team oh ne genau den Counter gegen uns das ist jetzt richtig blöd komm besuchen wir es genau fertig zu machen genau das Team was ich nicht kämpfen will ah verdammt und ich bin tot gib mir noch mehr Seltriss Karten der ist uns so gleich weg wenn er nicht Kingang greift ich bin sowas von tot oh macht das Schaden so Seltriss komm schon darf ich mal Stufe 3 ah quitte muss erst mal wieder heilen bisschen so Seltriss heil ich mal und jetzt Stufe 3 quitten 125.000 uh er ist weg uh ich glaube ich habe doch noch gewonnen so Ulten irgendwie macht Seltriss mehr als Lost Vein wir haben gewonnen so würde ich mal sagen das war es mit der Folge wenn es euch gefallen hat lasst einen Daumen da und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag Tschüssi 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 ich Vielen Dank.